Cello Trio Melo M Pop und Rock Melo M hat drei Musikalben herausgegeben. Melo M, Interpretation der Lieder mit konnettischer Pop- und Rockmusik für drei Cellie und Schlaginstrumente Singalongs, Interpretation der weltberühmtesten Hits und Around the World, Interpretation der weltberühmtesten Volkslieder. Melo M ist eine international bekannte Musikband. Im Laufe der fünf Jahre ist es in den USA, Russland, Frankreich, Großbritannien und anderswo mit Konzerten aufgetreten. Melo M hat zusammen mit der Liedsängerin von Bonnie M, Maisie Williams, dem schwedischen Multi-Instrumentalisten Robert Wells und der fünfchen Cello-Rock-Gruppe Apokalyptica aufgetreten. Die Band hat eine bedeutende Erfahrung in Vortragen der klassischen Musik. Zusammen mit den Sinfonieorchestern sind viele Konzerte gespielt. Melo M ist Preisträger des internationalen Wettbewerbs, deren Crossover Competition, der 2010 in St. Petersburg stattgefunden hat. Die Einzigartigkeit der Auftritte von Melo M liegt in ihrer Fähigkeit, klassische Wurzeln mit der Energie und den Rockshows charakteristische Attraktivitäten zu kombinieren. Melo M ist Preisträger des internationalen Wettbewerbs,